Lilla war ihr Paletto, Lilla ihr Gewand. Keine Farbe stand ihr so, wie ihr Lilla stand. Alles, was sie trug und tat, musste Lilla sein. Tilla, ach wie schön bist du, Tilla, ach wie fein. Und zum Schneidermeister spricht, ganz entsetzt die schöne Tilla. Nein, nicht rot, rot steht mir nicht, bitte Lilla, bitte Lilla. Nein, nicht rot, rot steht mir nicht, bitte Lili, Lili, Lila. Ja, jetzt werden sich natürlich einige fragen, was macht denn der Schreiber jetzt da? Will er jetzt den Wiener Sängerknaben Konkurrenz machen? Ne, eigentlich nicht, ich glaube die können das besser als ich. Hier bei diesem Lied, da geht es mir mehr um den Text. Das Lied ist nicht so sehr bekannt. Ich finde aber, der Text ist schon interessant und deswegen will ich mal auch gleich mit dem nächsten zweiten Strophe weitermachen. Einst mal fuhr sie mit Papa, den das mächtig freut, Richtung Südamerika mit der Linie Leut. Eine Prachtkabine stand ihr schon reserviert, doch zu Tillas großem Schreck war sie rot tapziert. Und zum Oberstuart spricht, ganz entsetzt die schöne Tilla, aha. Nein, nicht rot, rot steht mir nicht, bitte Lilla, bitte Lilla. Nein, nicht rot, rot steht mir nicht, bitte Lili, Lili, Lila. Ja, hier sieht man die Frau, die hat so ein kleines Problem, offensichtlich mit der Farbe Rot. Offensichtlich ist die Frau ein wenig engstirnig und wenn man allzu engstirnig ist, dann kann das im Leben schon mal zu Problemen führen. Gucken wir uns mal die nächste Strophe an. Nein, nicht rot, rot steht mir nicht, bitte Lila. Nein, nicht rot, rot steht mir nicht, bitte Lili, Lili, Lila. Rettungsringe lila blau gibt es leider nicht, so erschafft die schöne Frau, wie es ihre Pflicht. Wenn dann in der Maiennacht, Lila strahlt das Meer, wandert, oh, welch schöne Pracht, Tillas Geist umher. Und mit graber Stimme spricht, dann der Geist der schönen Tilla, aha. Nein, nicht rot, rot steht mir nicht, bitte Lila, bitte Lila. Ja, so kann es dann gehen, wenn man allzu engstirnig ist. Da können auch mal Probleme auftauchen. Ich habe das Lied eigentlich gesungen für unsere Antonia. Antonia ist 13 und offensichtlich etwas schlauer als diese Tilla, die schöne. Denn Antonia, die hatte man ja gegen ihren Willen von der Familie entfernt in ein Kinderheim gesteckt, von dem sie dann abgehauen ist. Und in ihrer Not hat sie diesen Rettungsring gegriffen, den man ihr zugeworfen hat. Sie ist also zu Joe Conrad nach BewusstTV in das Fernsehstudio gefahren und hat Öffentlichkeit geschafft für ihren Fall. Jetzt gibt es natürlich ein paar Leute, die schreien rum, um Gottes Willen, Joe Conrad, BewusstTV, das ist ja alles mögliche. Auf irgendeiner Almis-Seite, da steht dann was von Esoteriker, von Verschwörungstheoretiker und Nazis. Sind ja alle Nazis. Anderswo lesen wir dann was von Sekten und Nazis. Auch alles Nazis, ist ja klar. Und wir wissen ja alle, Adolf Hitler war ja Mitglied bei den Scientologen. Ja, ich frage mich, was also Nazis mit dem anderen zu tun haben soll, aber für manche ist das ja alles eins. Aber Antonia hat schon das Richtige gemacht. Sie hat den Rettungsring gegriffen, hat nicht nach der Farbe gefragt und so konnte ihr geholfen werden. Inzwischen haben natürlich auch andere Fernsehsender darüber gebracht. Das heißt, das ZDF hat eine Sendung gebracht, das RTL hat eine Sendung gebracht. Aber all das wäre ohne die Sendung von Joe Conrad, von BewusstTV niemals passiert. Und wenn da also andere Leute da jetzt rumkrakehlen und also meinen, hier irgendwas von Sekten und von Nazis faseln zu müssen, nur weil das Kind das einzig Richtige gemacht hat, weil die 13-Jährige offensichtlich etwas schlauer ist, als manch anderer, der hier rumrennt, schlauer als diese Richterin sowieso, sehe ich da keinen Grund irgendwie von Nazis und die irgendwo in so eine Ecke packen zu müssen. Damit haben die überhaupt nichts zu tun. Egal was zu Konrad sonst macht oder sonst ist oder was man darüber denkt, er hat hier einem 13-jährigen Mädchen geholfen. Das war genau das Richtige. Er war hier kein Esoteriker, er war kein Nazi, er war kein Verschwörungstheoretiker, gehört auch keiner Sekte an. Er war hier der Seemann, der den Rettungsring geworfen hat. Nicht mehr und nicht weniger. So und jetzt hoffe ich natürlich, dass Antonia die letzten Tage auch noch durchsteht. Das heißt, ich rechne also Ende des Monats mit einer natürlich positiven Entscheidung zugunsten von Antonia durch das OLG Zelle.